Bei den Beratungen zu der historischen Häuserzeile in der Oberamteistraße in Reutlingen hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen und Unabhängigen mehr Transparenz gefordert. In einem Antrag der RTF1 vorliegt, verlangt die Fraktion, dass sowohl die Anhörung eines Sachverständigen als auch die weiteren Beratungen in öffentlicher Sitzung stattfinden. Die gut besuchte Gemeinderatssitzung zeige, dass großes Interesse am Thema bestehe. Mit dem Antrag der CDU, die Beratungen wieder an den Ausschuss zurückzuverweisen, sei eine schnelle Entscheidung verhindert worden. Jetzt gelte es dafür zu sorgen, dass im Ausschuss der gleiche Standard sichergestellt sei wie in der Gemeinderatssitzung.